herzlich willkommen zu einem neuen video heute möchte ich euch die neue 20 euro münze der bundesrepublik deutschland 2017 vorstellen zeigen dieses jahr war die regestätte hamburg die erste die dran war mit den 20 euro münzen und es wird die serie grimm's märchen fortgesetzt dieses jahr mit den bremer stadtmusikanten die münze reiht sich sehr gut in die serie ein auch wenn man die motive meiner meinung nach hätte auch anders gestalten können aber das ist natürlich geschmackssache da ich nicht oder ich persönlich nicht so für so ganz moderne darstellungen zu haben bin dennoch gefällt mir das design dieser münze hier gut und die prägequalität ist auch okay wobei hier durch die relativ große freie fläche doch die wahrscheinlichkeit hoch ist auch kratzer mit dabei zu haben das habe ich schon von einigen gehört also daher schaut euch eure münzen gut an wenn ihr sie holt und behandelt sie auf jeden fall sehr sorgsam so viel auch schon von mir das war nur ein ganz kurzer zwischenbericht heute einfach nur zum zeigen und ja wie immer danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal tschüss